Liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen zwölften Börsendialog mit euch. Wir tun wieder in wenigen Minuten etwas für unsere starke und kraftvolle Altersversorgung. Wir wissen, dass wir früh damit anfangen müssen und ich möchte euch heute von einem Dialog mit meiner Frau beim Frühstück erzählen. Sie sagte mir, sie hält ihre Liquidität lieber zurück und geht nicht an die Börse, weil sie den günstigsten Zeitpunkt erwischen möchte und dann günstig investieren möchte. Ich habe ihr darauf geantwortet, dass ein Investment in die Altersvorsorge, ein Börsen- und Aktieninvestment eine langfristige Sache ist und dass das ein Glücksspiel ist, den günstigsten, den billigsten Zeitpunkt zu erwischen, dass die Börse aber langfristig immer steigt und dass in der Betrachtung über mehrere Jahre es eigentlich gar nicht so wichtig ist, welchen Kurs ich jetzt beim Einstieg konkret erwische, dass ich mich von täglichen, von Nachrichten orientierten Börsenereignissen nicht zu sehr beeinflussen lassen soll, weil ich langfristig investiert bin und weil die Börse dann sowieso wieder steigt. Ja, das ist meine Aufforderung an euch heute. Geht rein, habt Mut, traut euch, kauft und seid an der Börse investiert. Wartet nicht auf den allerbesten Moment. Ich kann euch verbindlich sagen, ihr werdet ihn nicht erwischen. Es wird immer noch einen anderen Zeitpunkt geben. Eine gute Strategie, wenn ihr vor dieser Entscheidung steht, ist das vielleicht zu splitten. Jeden Tag für einen bestimmten Betrag etwas zu kaufen und das dann über zwei, drei Wochen verteilt zu tun. Aber geht mit eurem Kapital an die Börse. Letzter, sehr wichtiger Satz. Es ist ein Anfängerfehler, die ganze Liquidität an die Börse zu tun. Ihr solltet immer einen bestimmten Betrag für euer Leben übrig haben, eine Risikorückstellung übrig haben, weil es ist ganz dumm, wenn man an der Börse Geld abrufen muss, wenn man Geld braucht und die Börse steht gerade an keinem guten Tag. Deswegen ein Teil Liquidität, ein Teil in die Börse, ein Teil auf einem Cash-Konto zurücklegen, sodass ihr immer genügend mit Bargeld ausgestattet seid. Einen lieben Gruß, euer Dorian.